Hallo und willkommen zurück zu Aegis Defenders Moin moin! Auf geht's! In die versunkene Bastion! Sag dich auf einmal moin! Was bist denn du für einer? Na, wir strahlen heute unsere Sendung live aus Hamburg aus! Was da war's denn? Nee, einfach nicht. Warte, ich bin im Homeoffice. Ich hab viele Hamburger gegessen. Any option to go RP. Äh, gerade eben war keine Option. Dann ist ja gut. Ich glaub ich weiß auch was für ein Level das ist. Also, ich witz genug, dass wir den Bogen gekauft haben. Du bist ja hinten in die Wand gelaufen. Du kannst einfach wieder zurück. Och. Okay. Ich möchte gerne zu dem... Oh, das Level! Ja. Ja, das ist... Ja. Da ist gut, dass ich den Bogen habe, bis so viel Rot wieder kommt. Müssen wir erstmal ein paar Knöpfe drücken. Agreed. 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 Okay, bitte benutzt die Any Option. Äh, okay. Äh, wait. Okay, ja. Wir müssen erstmal... Genau, hier hoch. Das da drücken. Wow, wir haben zwei Relikte gefunden. Frag mich, ob wir die anderen zwei auch noch finden können. Okay, da darf ich nicht, äh, gerade runter. Wo war der Knopf? Ich würde mich arg wundern. Ich mein, du hinkst kurz, aber... Der Knopf ist da, da müsstest du dich wohl reinbomben. Oh. Ja. Also kann man das erst später machen. Ja, ich hab halt keine Wolken gerade, das stimmt. Muss man mitten im Kampf machen, das ist natürlich... Ne, wir haben zwei Minuten Zeit, passen schon. Ist natürlich ein bisschen bescheuert, aber... Ja, muss ja nicht mitten im Kampf sein. Einfach direkt in unserer ersten Vorbereitungsphase. Okay. Yes. Zwei Minuten. Du kümmerst dich da drum, ich suche Ressourcen woanders. Okay, ja. Kein Rot zu sehen. Okay, da oben ist ja gar nichts. Hm, dann muss ich sowieso gleich mit runter. Da unten ist auf jeden Fall eine Blume. So, ja, schau. Muss ich jetzt sowieso hier da unten reinlatschen. Ist da unten noch was andere? Ne, das spawnt quasi nur dort. Das heißt, wir haben zwei Blau, ein Gelb jede Runde. Aktuell kommt hier nur Gelb raus. Okay, wir haben hier diese... Ähm, wir machen einen Triple Shot. Wo ist der am sinnvollsten? Ich schätze mal direkt hier. Würde ich anfangen. Okay, hau mit deiner Schaufel drauf. Also... Zumindest wenn du noch mehr sein willst, ja. Ja. Okay, du zahlst. Hä? Da steht nichts. Wieso nur die da? Ja, okay. Er war's. Ja, aber ich musste ihn an... Hä? Oh, das schießt ja rote Pfeile. Aber die scheinen nicht als rot zu gelten. Also schädt zumindest nicht, das ist ein Ralschwerer. So, du musst dann darauf fassen, das ist nicht zu... Ich meine, das kommt noch mal defensiv. Ja, machen wir noch ein Triple oder? Ja, unbedingt. Äh, es war... So, dass er auch runterschießen kann. Also vielleicht hier vorne. Und dann sparen wir erstmal weiter. Okay, unten leuchtet's schon rot. Wenn ein Fresser kommt, ähm, weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob das reicht oder ob du... Okay, es reicht, macht das nicht weh. Komischerweise wird das aber... Da war... Okay, das ist aber... Alter. Hm. Ja, Pfeiler. Ja, noch ein Block. Perfekt. Das heißt, es sind jetzt zwei Blöcke. Da es immer zwei Blumen sind, ist es auf jeden Fall... Ja. Es ist absichtlich so gebalanced, dass man die von denen... Okay. Oh, achso, du hast ja sogar schon einen platziert, okay. Es werden einfach alles Double-Türme, ja. Ja, ich hab kein... was anderes zu bauen. Oh, shit. Äh, der Bug da oben geht halt mir überhaupt nicht. Ja, ich... ich muss die... die Steinköpfe zerstören, wenn die kommen. Das dauert sonst zu lange. Ach, Geld einsammeln! Okay, wieder ein Block für dich. Nice. Hm. Worauf warten wir? Äh, auf Gegner. Ja. Okay, du hast wieder zwei Blöcke sogar bekommen diesmal. Jetzt haben wir wahrscheinlich nicht genug, äh, für Mauern. Ich weiß nicht, ganz zu ahren. Guck mal her. Okay, jetzt kannst du theoretisch noch einen gelben bauen, wenn du willst. Oder wir warten einfach. Hm. 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 自己 Schrapp Menschen Mensch Mach machen Schrapp Ken WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was für mich schon gelb im Baumilf ist Ja, 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 irgendwie Eigentlich nicht, aber Ich hätte so gedacht auf den, weil der hat ja genau geraden Sicht Oh, ja, da bin ich drüber nach Da erschrecken sie einen Oh, da unten, da unten Geld Geld Oh, mehr Geld Geld ist jetzt dein Job Ich finde das aber krass, wie hart ihr das alles blocken Da unten, es geht doch sogar in Geld, bis es so wird Warum schießt das Teil nicht weg? Ey, Stein ist nochmal irgendwie Was eigenes? Okay Ja, anscheinend zurück Okay, du hast wieder einen Block Ist egal, wir haben gewonnen Ist egal, wir haben gewonnen Sorry Kann einhändig nicht Ja, du hättest ja auch was sagen können Ja Oh Got it Affirmative Moho, Kobo, Apos Agree Jetzt kommt Nick Did you meet Amber? 3 AP Yeah Yeah Ah, sure Ha ha Yes Ha ha All right Okay Okay My memory is a little hazy Deal Oh Yeah Okay, das war das meiste AP Was war das überhaupt, was er auf ihm gekauft hat? Ich weiß nicht mehr Okay Äh, kommt er nochmal? Ich bin mir grad nimmer sicher, weißt du das? Hm, ich kann mal gucken, ob hier noch eine Nick Story steht Ja Ja, nach 3.3 Okay Weißt du, wie viel Geld er da verlangt? Steht das auch da? Oder war das free? Oh Ähm, es ist kostenlos mit den richtigen Antworten, also ja Ähm, anscheinend Aber es war wahrscheinlich nur, wenn wir 1000 haben Anscheinend kriegen wir den im nächsten Level, weil das ist ja jetzt hier, die sind jetzt da Das wundert mich nicht, das dritte Kapitel startet jetzt Ja, was soll ich den hier abmaxen? Oh sowas von, ja Ich kauf den mal einmal Wenn wir den haben Aha Aber es ist auf jeden Fall am geilsten Auch wenn wir nicht drauf angewiesen sind Okay, er ist noch nicht gemakst, aber er ist Schuss sehr weit Na ja, der ist okay genug jetzt auf jeden Fall Okay, ähm Ja Hier was? Fragezeichen Oder Waffen Waffen Okay Ich glaub wir haben genug jetzt Over here Und damit meine zweite I see Schaufel Hammer Die Schaufel Hammer Ja komm Kauf ruhig das Stil Hauptsache wir haben die zweite Waffe Aber dann ist die Frage, was hiervon Ich denke Feuerball Ja gut, stimmt Ohne das Upgrade ist ja fast nutzlos Okay Okay Je nach Partlänge Schauen wir noch ins dritte rein Also aktuell sind es 11 Minuten Absolut schauen wir noch ins dritte rein Okay, alle drei Antworten mit den meisten RPs sind welche mit einem Fragezeichen Okay Schauen ob das nicht das heißt Okay Ähm I see Agree Hm Ja solange es nur eine Fragezeichenoption gibt, können wir das so beibehalten Ähm Kannst du mir den freigeben? Ich hätte gerne gerne Ah danke Ähm Okay Ah Nein Ich weiß nicht warum du auch da lang gehen wolltest Wenn ich da eh schon lang gehe, aber gut Ah Org Feier So Ja Ja So hier unten Ding dong Oh Oh Magic Box Ja genau die da Ah Oh Mal war das der Button? Ja 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 Das ist total egal Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann da drauf stehen, oder? Äh, ja, ich glaub schon. Genau, so, jetzt heißt's. Ähm, du hast nur eins zerstört, ich scheint. Das war's für heute. Okay, du warst fertig mit dem Yellow Man. Der Yellow Man ist wie der Yellow Tier. Der wollte schon Evolven, ey. Ich dachte, er ist explodiert, aber... ...ist das nicht so zu interessieren. Okay, da oben ist er, ja. Oh mein Gott, okay, ich dachte, ich bin tot. Ah, okay, ja, so. Oh, warte, du hast dich selbst angezündet. Okay. Der Oberfeuer, äh, ist perfekt. Wenn du die entsprechenden... ...Afforten zerstörst, dann rollst du es direkt auf das Ding. Ich weiß, ich weiß ja nicht. Oh, okay, cool. Ja. Gut, gut, dann gehst du da hin. Du stehst ja neben. Oh, so. Ich kann das ja einsammeln. Oh, ach, stimmt. Okay. Dann stellen wir nicht her, Colin. Muss erst der rausgehen. Ja. Okay. Dann muss jeder runter. Du bist schon wieder aberin, Käfer. Was machst du hier? Sei froh, dass noch welche existieren. Auch wenn es nicht die richtigen sind. Äh, gehst du da oben durch? Oder soll ich aufhin hier zu stehen? Ich muss dir nur jetzt erst irgendwie entsorgen. Oder? Ne. Jetzt kann ich das nicht mehr. Hä. Die L.T. ist spawnd noch. Du kannst doch. Notfalls auch einfach wechseln. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin. Dann spara so ich muss natürlich wechseln, sonst komm ich ja gar nicht darf ich wechseln? ok hä, willst du nicht da oben lang gehen mit der blauen? ich hab dir doch das feuer hochgeschoben du hattest mich doch eingeschwärt da hinten ja, wofür hab ich das feuer dann hochgeschoben? ach, um die tür zu öffnen, aber du hast dich jetzt durchteleportiert ja, auch in ordnung, dann können wir jetzt weiterspielen ja, perfekt die tür geht auch mit feuer auf wo muss es da feuer? hier ist das so 1 von 3 schaltert gedrückt, 1 von 3 sagst du zu, will ich den da oben drücken? aber ich würd lieber wissen, wie ich die tür hier öffne wieso? von der anderen seite ist das feuer, dass ich hochgeschoben habe aber du hast dich durchteleportiert, also müssen wir die tür hier gar nicht öffnen da ist also gar nix, ok? ne, du hast dich durch... ja, keine ahnung, ich war eingesperrt weil ich halt nicht mehr auf dem schalter stand, der die tür eröffnet ja, gut, ich hätt jetzt rücklaufen können, aber... egal das ist doch nicht etwa Kansion... nein, ist sie nicht ist da irgendwo ne rote tür? hier ist nur ne blaue äh, mal ne frage, wenn du jetzt einfach so schießt, ist da auch feuer bei? nein, doch nicht schade ja, magst du abgängst agreed 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 haben wir noch irgendwas übersehen? ok, eh noch nichts nur zwei Eingänge auf beiden Seiten und drei also... ja... hold on I have to go also dahinten brauchen wir halt feuer oh, weißt du was? hier, das da ach so ist ja auch der letzte... oder? ist das jetzt der letzte, der uns fährt, oder nicht? bestimmt, muss so sein ich hab vorhin, glaub ich, nur zwei gelesen, aber vielleicht... ist halt die Frage ich mein, wie diagonal kannst du schießen? äh... also... das ist... nicht hoch genug, hat die gedrückt halt? ich meinst genau auch ah, ok, die verschwinden dann aber... die fliegen nicht so rein kannst die Pfeile gedrückt halten was? was? ah, ja ah, ja der... brennt nicht denn das... mach das nochmal drei von... was zur Hölle? ach, da haben wir was übersehen! ich hab dich gefragt, ob da hinten noch übersehen ist und du hast gesagt nein war da noch ein Stocken? ja, keine Ahnung ich... ich weiß es nicht ich... ich war ja in dem Moment nicht mehr hier drinne ich bin... ich bin im Teller durchgegangen und hab dann den Gelben zu mir teleportiert und du hast dich dann auch rüber teleportiert ja, weil ich nicht mehr weitergehen konnte ja, ist schon in Ordnung, aber da muss ein Oberklapp... da war keiner mehr auf Knopf drauf und alleine kann ich den Knopf nicht bedienen naja, egal hast mein Charakter nicht mitgenommen, du hast nur... ah, cool geparkt na, ok, ja, nun geht's nur mit ok, nice, geht einfach auch raus ok ist jetzt alles enges? ok, wir bauen nur Eis ok, jawohl so, hier muss ich auf die Orientierung achten die drehen sich nicht von selber um oh, jetzt... hab ich... nicht X gewandt das ist jetzt umwitzig, aber naja oh, jetzt... hab ich... nicht X gewandt ich bin so gut wie Pleite ja, also ich bin Pleite mit dem das ist jetzt theoretisch ich weiß, das ist doch theoretisch Pfeil Caesar bauen, oder? ah, wozu? ich glaub, da machst du Triple Shots später draus falls wir mehr Gelb kriegen oder? also wir kriegen Rot immer am meisten also, damit das klar ist ja, dann... dann mach ich auf der untersten Reihe Pfeilschießen weil, wir spawnen ja immer dieselben wir spawnen ja nicht auf einmal andere also kriegen wir Rot am meisten also, außer vielleicht, wenn die Gegner wieder Sachen brauchen, das könnte sein äh, ja, ok, die sind gelb da hab ich jetzt nicht so viel zu sagen äh, ja, ok, diese gelben, da hab ich jetzt nicht so viel zu sagen entweder, außer ich switche mit dem Team aber, egal ich stelle mir das nochmal zu cash die komm mal das ist wirklich viel in der Mitte, nur die zwei da oben und die zwei da oben okay okay ähh hm willst du da jetzt ein Dreier haben? ja ok, doch am sinnvollsten, oder? dann mach ich oben wieder dann mach ich oben wieder Feuer und da kannst du theoretisch auch nur feurige machen wenn du willst ja oder ich geb dir irgendwo ein feuer damit du deine kugeln verfeurigen kannst das geht an sich natürlich auch der Tommi stand schon da oder? ja oh komm komm mal blöcke meine sachen auch mit theoretisch brauchen wir nur den mönch um alles einzusammeln ich weiß nicht ich glaube wir brauchen eigentlich nichts mehr aber wir können nichts bauen ja okay alles dort macht es vielleicht sinn wo der umgedreht war so weit vorne geht nicht du kannst aber glaube ich direkt hier noch eins bauen oder das ist ja genau das geht noch wahr stimmt ich habe keine mehr von der Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ja. Leute. Oh. Oh. Okay. Kannst du mich da? Ja, keine Ahnung, ich brauche doch dich, oder soll ich Spike spawnen? Nö, nimm dir ein Feuer und mach was draus Hä, aber hier liegt doch keiner rum Hä, war dein Zuflager, oder bin ich jetzt? Ah, so kommt der da auch Okay, hilf mir mal hier höher zu fahren Ah, das wird glaube ich nicht Ich weiß nicht, wenn du dich hier drauf stellst Aber so weit vorkommen und so weit Klar, das geht, aber das wäre auch so gut Wie ist der relevant anscheinend? Ich hätte ganz oben hin gemusst, aber das ist halt leider so blöd Ja, aber das ist ein Checkmacher, klar Ah krass, die Feuerricht zu haben ist mir wirklich nicht schlecht Woh, ich weiß nicht, aber das ist sehr schlecht Ich vermute den Knopf ab, und das ist einfach einfach Jeg veruntletzt, dass ich gerade wieder P-Wing ist Dann kommst du auf die Feuerricht zum Essen Und dann lass mich mal das Ich hab dich noch nicht Ich hab dich noch gar nicht Spannend Hier möchte ich ein Feuer machen, also nicht drauf, bitte. Okay. Oh, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Das war mein Feuer, aber ist in Ordnung. Ach so, weh. Ach so, sch- ach so, oh Gott. Du sollst hier feurig bleiben, ich weiß nicht. Nein, den darfst du konvertieren. Oh, ich brauche nicht mehr. Oh, oh shit, sie fressen alles auf. Ich hab kein Feuer verbracht. Ich hab gerade schon ein Wind verschieben. Du hast das WV-Road. Ja, so willst du wollen. Vergiss nicht, du kämpfst mit zwei Charakteren. Hab ich Geldes eingesammelt? Ich hab nicht das Gefühl, das Aufnahmenzug bringt, endlich. Wirklich, das ist irgendwas in der Zwischenzeit. Oh Gott, da oben ist es nicht. Was ist halt denn? Ich hab jetzt irgendwas, das ist die letzte Idee. Ich darf dir doch einen gelben Block besorgen. Jaaaa. Nein, mach ruhig gelbe Türme, wenn sonst was passiert. Ich glaub jetzt kommt nur noch ein bisschen was. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Einfach noch nicht. Ich hab echt das Gefühl, wenn es kommt. Das ist ja schreck, okay. Aber nur die eine Seite. Oh, okay, alles vorgezeichnet. Äh, at the temple. And we found Agus. Ach stimmt, wir haben das ja nicht gesehen. Schon gerade. Weiß ich, die LP ist schon viel. Naja. So wichtig sind sie auch wieder nicht. Äh. Äh. Okay. Hehehe. Wow, wow, wow. Juh. Na dann. Hey, da geht's ähm. Irgendwann. Sag ich, äh. Ah ne, kann ich nicht mal. Pfff. Ja, soll ich hier was kaufen? Nö. Got it. Agreed. Auch nö. Keim ist komplett unwichtig. Ja, wir haben viermal so viel Leben wie im anderen Spieldochlauf. Allein dadurch, dass die halt weniger damage machen. Ja, behalte die Kohle. Ja. Okay, weiter hier zum nächsten Board. Äh, ja, wir werden nicht vergessen und ciao. Ciao.